Euer Schulsystem ist abgefuckt, ihr trennt einfach Kinder in der fünften Klasse und das entscheidet über ihr ganzes Leben. Ich bin nicht von hier, ich komme aus Israel und ich musste ja zur Schule gehen. Und dann hatte ich eine Lehrerin und sie war Bio-Lehrerin. Und dann sind wir zum Sportunterricht und da war sie wieder da. Aber ich dachte, was macht sie? Ne, ich bin die Lehrerin für Sport und Bio und dann Ethik. Was? Ist hier jemand Lehrer? Selber, was unterrichtest du? Deutsch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Ethik. Das sind alle Dinge. Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Englisch. Du zählst einfach Dinge auf, oder? Mathe auch. Warum machst du dich nicht selbstständig als Schule? Du könntest eine One-Man-Schule werden. Guess... Wir machen, wie o Abgeordn 그게 immer... Wie geht das? Euerора travaille tatsächlich.